So, jetzt sind wir hier auf der ÜPRAG Map. Das ist von Jasper, nicht von ihm hier, sondern von ihm hier. Richtig schöne Maps sind das, da sind auch so neue Beide. Hier ist auch Aim Arena cool, USP Redline hat er neu gemacht. Die updatet er regelmäßig, Vertigo ist jetzt mittlerweile auch dabei. Ja, extra DAS2Long, warum da die Türen aus sind, weiß ich gar nicht. Ach ne, das ist ja nur DAS2Long. Ich starte halt die Türen ausgenommen wie in 1.6. Da ist halt jede bei. Shortcuts, Aim Training, Free Fire, manche steht auch, bei manchen steht auch Old dazwischen. Das ist dann halt in der gesamten Map inbegriffen, wenn man die eine nimmt. Aber jetzt bin ich hier auf Bots, wenn du hier raufklickst, kannst du halt alle anwählen. So, dann müsst ihr jetzt hier nochmal Vertigo eintragen. Das wäre zum Beispiel cool. Ja, dann nimmst du jetzt mal die Fingung Akkak. 100 setzen. Oder auf No Limit Bots. Machen wir 5. Mit Headcore. Rush on. AD, AD ist on. Headbox, Headshot all. First of the way. Ja, dann kann man sich hier noch Sound machen. Weil eins, was man so binden kann. Immer Clear, denn es ist immer Reboost-Platz-Altalik, als wenn ihr shoot. Das ist das Dümmste, was man machen kann. Aber naja. Slot 3, Alias. Fastswitch minus Last Das ist das, was ich so mache Ja, das hat er gut gemacht Also kann man sich so ein paar Sachen angucken Fastswitch wäre jetzt zum Beispiel Würde ich doof finden Du willst ja das letzte rausnehmen Du willst ja immer zwischen 1 zu 2 wechseln Das heißt, ich kann den Transport 1 zu 2 Das wäre bei mir ein anderes Alias So So Close Rush Close Rush Close Rush Close Rush Close Rush Cite Close Rush ON Was wird We apply 點 Wenn du Ich sage mal Das steht Das ist Have carefully Rush on ADAD on Alter Okay Vielleicht mal öfters machen Was ist denn jetzt Rush? Wenn ich jetzt runter springe Aha Aha Rush on Was ist denn? Was ist denn der engste Ring? Jetzt atmest der nicht an Jetzt atmest der nicht an Naja Wusstest du das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ach wer ist das? Ja. Also ich bin nicht wirklich gut in seinem Scheiß, ich schieße lieber auf einen Gegner, die mich auch attackieren. Und den das mal anmacht und den hier mal Bots hinzufügt. Alter, Moment, wo ist es? Da. Hm. Uh. Uneben. Uneben ist auch heftig. Noch mal, nehmen wir mal. Und behalten wir die AK, machen die Limit hin. Können wir den Deal dazunehmen. Nur Headshot, laufen auf einen Zug, machen A und D. Und Rush? Voll. Ich hab das doch gerade so angepasst. Boom. Oh, dann mach ich halt nur umgeben. Das ist ganz cool. Das finde ich so... Also die Map ist echt schön, ja. Fahrreflexer. Random. Headshot. Oh, Headshot 360. Das ist glaube ich heftig. Reflex Rush. Wir nehmen mal Reflex Rush. 哪 bien ch colzen. комментарier,bald esteaining... ...at viewm notch. ...not cool. ...not cool. ...not cool. Was gibt es hier denn noch so schönes, man kann sich das hier mal anbauen Eigentlich ja nur Lied Ah, Lied ist das Schönste Das ist jetzt mal So, hmmm, close reflex Oh Oh Die 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 Ich glaube es gibt es nicht mehr. Das ist doof, aber egal. Gibt es hier denn noch so schönes? Das kann man dann nochmal... ...Headshot 360. ...Many close. ...Many close. ...Many close. So. Okay. Kann man nicht meckern. Wenn ich jetzt, ich glaube mal... ...können ja mal... ...den Zocken ausmachen, dann kann ich dabei reden. So. So. Hm. Okay. Okay. Ich kriege nicht viel, aber... Ich kriege nicht allgemein viel. Zu lange. ...Mann. 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 90 KPM. Hm. Oh. Da wollte ich gar nicht rausgehen. Ich könnte natürlich sagen, hey... ...machen wir mal so. mal. ...Mann, 94 Komm ich da rüber? Natürlich nicht Wäre ja nur zu schön um wahr zu sein Ich glaube jeder macht das Aber eigentlich macht das sonst jeder auf dem Endblock Ernsthaft? Egal Gibt's hier noch was so schönes? Ich bin ja auch eher so Ne Moots wollte ich Haareflex Oh Gott Das ist schon anstrengender Aber wir können jetzt einfach möglicherweise die Aimer machen Das ist denn ja ganz schnell geladen Mit 12 Milliarden roten Sachen in der Ecke Ja Kommt's nochmal Jetzt kommt's Jetzt hat er fertig geladen So World Record Pick and close Ach du heilige Scheiße Bin ich schlecht Bin ich schlecht Ach so Jetzt verstehe ich's Moment Was ist das? 1 Quadrant 1 Quadrant Was ist denn ein Quadrant? Ich hab keine Ahnung was ein Quadrant ist Ich hab keine Ahnung was ein Quadrant ist Ich hab keine Ahnung was Ich hab keine Ahnung was Ich hab keine Ahnung was Gibt's hier auch Modus? Gibt's hier auch Modus? Nö Auto-Aim-On Alter ohne Scheiße wenn du so aimst Alter Was ist das? Crosshair Lock Was ist das? Aim Punch Ich hab keine Ahnung was Keine Ahnung was Aim Punch ist Keine Ahnung was Aim Punch ist Oh Gott ich bin richtig schlecht Weil du musst eigentlich nur Nö Das ist perfekt Alter Der Gegner überliebt nicht Der Gegner überliebt nicht Wenn ich den mal Ne Scheiße Was ist das? Oh Scheiße Also Aim Und ich Spray Ich mach lieber In die Stimmt da wär irgendwas Hallo krieg ich jetzt hier bitte raus? Danke Ne Hau ab Was gibt's denn hier so schönes Shot first? Was gibt's denn das noch? Na guck mal, Alter, die ist schlecht. Aber, ist auch cool. Marathon? Warte, mein Nieser müsste gleich kommen. Der ist da hier. Ich weiß nicht was das ist. Ne, du warte da. Hallo. Ach, das ist etwas auszupräten, wenn ich jetzt verstehe. Guck mal, dass hier sogar noch verwandt ist. Ja, ok, ist gut. Na, das finde ich persönlich. Moving Claps. Ho, ho, ho. Ähm. So. 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 Und Aí mal hier alles. Wirklich besser. Verdann. So. 錯よ. ich liebe grün ja das ist schön man könnte jetzt hier auch noch mal ist denn schön wir könnten die Uhrzeit läuft da hinten was ich hab du was lass mir was trinken also gerade sitzt das studio wieder zu hoch oder die Webcam ist zu niedrig muss wieder ein bisschen rüber muss das gehen so können ja mal das gilt nicht ja noch zum Glück und nix friendly pots auf jeden fall off so practice fire practice smoke practice pre fire die Bots haben einen AWP denn es ist fair warte ich nehm auch AWP ne ich nehm AK das ist fair oh das hat er geupdatet nehmen wir mal long to A uns friendly off guidelines on vielleicht geht das jetzt ja wirklich gibt's nämlich nicht das ist das ist nämlich echt hart aber Moment mal hallo eigentlich sollte man zurück gemoved werden komplett beziehungsweise das sollte abgesperrt sein ach nee das ist echt das hat er zugefügt dass es permanent 100 hels hat wir nehmen wir das change to hart x-ball zack long to A die Bots haben wir mal wegen der UMP ja die haben AK Harsch. Scheiße. Deswegen Expert-Bauzeite. Alter! Ja. Also ich weiß, dass da einer steht und jetzt steht hier einer. Wieso bin ich eigentlich... Ach, ich kriege ja kein Leben dazu. Da wäre es. Da unten steht nämlich auch gleich einer. Da, Alter, kriegst du richtig Plack. Okay. Kann ich nicht hier mein Leben dazukriegen? Ich will Leben dazukriegen. Schlecht. Jetzt bin ich auch gerade auf jeden drittiger. Natürlich könnte jetzt jeder sagen, oh naja, ich war auf 20 mit Juni. Nein, ich spiele noch mal alles mit mir. Da gibt es so. So, das ist richtig anstrengend. Also, ich bin kein Profi, das ist jetzt natürlich. Natürlich. Cool gemerkt. So höher ist das nicht heftig, aber es ist natürlich so heftiger, dass ich hier nicht geschafft habe. Aber, so mehr... Heißt das jetzt, so mehr Spawns gibt es. Das ganze Blut. Okay, dann nehme ich dich auch weg, wenn ich jetzt mal los. Alter! Go! Manchmal machen die Boss das, ich verstehe das nicht. Manchmal machen die nämlich das. Aber naja. Weg. So machen. Dann wird es heftig, glaube ich. Wichtiges nehmen wir denn mal. Tunnel zu B. Mit A. Mit B. Nehmen wir mit B. Das wird heftig. Oh Gott. Das Problem ist, die aimen ja auch. Ah, da steht der nicht so gut. Ich gucke nur einmal kurz rein. Alter, das ist richtig krank. Das ist noch nicht Guardian, Alter. Alter, ich stehe eine Sekunde da. Wow, das ist echt krank. Kann ich dir nicht eine Scout geben? Okay, dann bin ich nach dem Zweitblut weich hin. Alter, schön durchs Holz abgeballert. Ja. Oh. Hallo. Das ist doch jetzt mal gut, ey. Das ist richtig krank. Die sind, also Expert-Bots sind immer drauf. Ja. Zepstall. Ja. Zepstall. D. Ja. Das ist richtig krank. Ja, da ist noch ein Passきます. Alter, er scoped nur einmal, der Mongo. Man kann hören wenn sie scopen, ja und der einmal scopen hat man verloren. Okay. Ah, nah, you're close. Also, ich breche das. Ich breche das. Ich stehe auf das zweite Fenster. Deswegen. Okay. Okay. Oh Gott. Okay. 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 Alter, das ist der Wahnsinn Das Schlimme ist, ich weiß nicht, wo ich... ...stehen Ja, steht auch einer Okay Not the fuck you, Alter Das Schlimme ist, ich weiß nicht, wo ich... Ich sehe gerade den Arm, weißt du Spacko Alter, irgendeinen Krieg Aber echt, hier ist es heftig Ich treffe mich nicht der erste Zweite Oh Gott Kann ich mich eintöten lassen Das hat er nie gemacht Oh, ich töne das ist ja schon wieder Das ist nicht gut Moment mal Nichts Problem Ich fange die sofort an zu schießen Alter Ich schulter, schulterpiegel Ich schulter, 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 schulter Alter, ich habe 10 HP Ich weiß, dass da oben einer steht Oder so wie weit ich mich trau warum ne Warte Ich will da nicht reingehen, ich will da wirklich nicht reingehen, genau deswegen, genau deswegen, oh alter, ich hab hier nur 30 Sebenfälle auf der Ecke, oh das ist wirklich kacke, tötet mich kaum. Ich rücke die jetzt alle so, dass sie mich nicht... Bei dem ersten funktioniert, beim zweiten tot! Alter! Das ist krass, das ist heftig man! Also Worts auf Extrem sind, wenn sie einstehen, wir werden die ganze Zeit angucken, weil die wissen ja wo ich stehe. 10 mal härter, alles andere ey! Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Das ist nicht der, den ich eben abgeschossen hab. Ich würde mal gerne sehen, ob Guardian das schafft. Ich hab den vergessen, oh Gott, ich bin so kacke! Ich bin so kacke! Ich bin so kacke! Ich bin so kacke! Musik uer Oh, das ist doch so ein Kotz im Alter. Alter, ich verliere schon 70 Leben Alter, ich war nicht mal ansatzweise um die Ecke Anniere ein Nein! Alter Das ist so, das ist einfach mega krank Ich könnte jetzt natürlich so spielen Und die ganze Zeit durch Wände und sonst wie zu töten Da ist Blut rein Einmal ist Blut rein und zweitmal nicht mehr Alter, ich sehe nur seinen Kopf Wo soll ich denn sonst hinschießen? Hä? Hört durch? Dankeschön, Counter-Strike, Tick Raid Der ballert mir sofort wieder in die Fretze Alter, wie habe ich denn da durchgeschaut? Bedingt er mich? Ja Ja Da Bait D Alter! Nee. Fickt euch. Ja, macht doch. Fuck. Ja, macht doch. 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 Ja, es ist. Ja, macht doch. Ja, das ist. Ja, das ist ja. Ja, das ist. Ja, das ist ja. Ja, das ist ja. Ja, das ist ja. Ja, ich habe. Ja, das ist ja. Ja, das ist ja. Ja, da trifft. Ja, das ist ja. 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 Ja, das ist ja.